Party 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 Irgendwie sieht mir das nachher beflogen mit Verkaufsveranstaltungen aus. Boah, das ist die Reize, das ist ja so nervös und unendlich. Das kannst du nicht machen. Fall doch nicht auf den Spritzstein, den wir hier erzählen. Profit, meine Erste, ihr habt ja schon ein Blutjack auf Fähre veröffentlicht. Ihr zahlt ja nicht, ich glaube, und kriegt das. Man, ich bin immer noch total sauer. Seit diese Zicke aufgetaucht ist, kümmert er sich gar nicht mehr ums Geschäft. Was ist nur mit mir los? Meine Nerven kurz vor den Ruinen. Was ist nur mit mir los? Viele Fragen dürfen auf den Kehl. Wer will denn um diese Uhrzeit noch mit dir checken? Mein Lebenselixier ist mein Glaube. Und nicht irgendein Wasser? Dass von Menschen zu etwas spielisiert wird. In der Schule waren bestimmt die Streberin, die Klassennäste. Und dass sie glauben sollen, damit sich Taschen füllen? Was schreibt ihr denn für unsere? Was schreibt ihr das? Ich soll ein Kapitalist sein? 1500 Dörfer und Städte sind in den Fluten verschwunden. 1,5 Millionen Menschen wurden einladen. Mit der Folge, dass nun viele der Dorfwohnen ausgetrocknet sind. Heute müssen die Leute wieder den langen Flussmasch in Kauf geben. Oder sie kaufen das Wasser bei der Water Foundation. Ich kann euch nur sagen, mein Cashflow überwandt alles. Aber die Worte von Nation handeln sie nur zu ihrem Wunsch. Du bist nicht schuldig an unserem Leiden. Nein! Du hast bei dem Satz gesagt, das Wasser des Lebens, das musst du dir schenken lassen. Das kannst du nicht verkaufen. Und auch der ist dieser Glaube geschenkt. Nimm ihn an, versuch es einfach. Haar Hoffnung!